Musik Herzlich Willkommen zu Folge 109 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo Welt. Hallo Stefan. Hallo Jasper. Hallo Welt. Direkt vorab Entschuldigung von meiner Seite aus für den Vermieter, der, wir haben Dienstag 19.04 Uhr, beschlossen hat, dass jetzt eine gute Zeit wäre, um ein paar Renovierungsarbeiten an der Wohnung über mir vorzunehmen. Es könnte durchaus sein, dass Tischkreissäge und oder Pressluft oder was auch immer ein wenig in die Aufnahme reingrätschen. Wir gucken, dass es nicht ganz so doll zu hören ist. Ja, und von meiner Seite aus auch eine dicke Story vorneweg. Meine Notizen für diese Folge sind exakt mit Leerzeichen wohlgemerkt 1026 Zeichen. Das ist eine Handvoll Tweets. Ich glaube, deine Aufzeichnungen sind so ungefähr 23 Millionen Zeichen. Nee, es sind mit Leerzeichen 4853. Ich habe aber auch einige Listen dabei. Ah, okay. Verstehe. Verstehe. Okay. Ja, also meine Vorbereitung, also sie ist im Kopf irgendwo mal da gewesen, aber ich kam nicht so wirklich zum Aufschreiben von Dingen. Und da ich ein fantastisches Gedächtnis habe, nicht für Namen und so, wird das total wahrscheinlich fantastisch. Es kann eigentlich gar nichts schief gehen. Es kann gar nichts schief gehen. Bevor wir uns unserem großen, großen Thema widmen und ich habe die Befürchtung oder die Vermutung oder ich freue mich eigentlich drauf, ich glaube, das wird komplett eskalieren. Dann haben wir so ein paar Themenchen, die wir vorab kurz abreißen müssen. Einfach, damit ich für meinen Teil hier beruhigt rausgehen kann. Da möchte ich zunächst einmal einsteigen, weil das letzte Woche in unserer Folge zu Linkin Park zur Sprache kam. Da hattest du ja erwähnt, dass du ein Interview mit dem Jordan, dem Keyboarder von Bring Me The Horizon gelesen hattest. Ein relativ zeitnahes. Das war, glaube ich, auch von letzter Woche. Ja, gut möglich. Indem er sehr explizit darauf sich äußert, dass Linkin Park so eine der wichtigsten Referenzen für die Band überhaupt sind. Und ich musste mich extrem zusammenreißen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon etwas wusste, was aber noch nicht bekannt ist, beziehungsweise war. Und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Die Band, also Bring Me, haben jetzt ihre erste EP angekündigt. Die wollen ja jetzt auf ein Modell gehen. Kein Album mehr im klassischen Sinne, sondern mehrere EPs quasi. Und die erste davon haben sie jetzt angekündigt. Hattest du das wahrgenommen? Ich hatte wahrgenommen und auch schon angesprochen, dass da jetzt ja diverse Sachen kommen sollen. Und nicht nur ein Album, sondern dass das irgendwie gestückelt sein soll. Was dann aber jetzt noch als Info hinterherkam, weiß ich nicht. Genau. Die Info, die jetzt kam, die ganz konkrete, ist, dass die erste EP aus der Reihe, ich vermute, es wird eine Reihe, namens Post Human. Die erste EP daraus mit dem Titel Survival Horror, den ich schon mal super gut finde, kommt jetzt schon am 30. Oktober. Und darauf enthalten ist ein Song, und da musste ich mich einfach sehr zusammenreißen. Der heißt An Itch for the Cure. Sprich, Wortspiel, einfach mal das Cure for the Itch von Linkin Park her umgedreht und auf die jetzige Zeit übertragen. Weil wir haben ja gerade alle ein Itch for the Cure von Corona her. Ja, ja, ja. Musst du nicht erklären. Manchmal weiß ich es nicht. Aber das ist gar nicht das eigentlich Spannende daran, meiner Meinung nach. Das Spannende ist, dass dieses Stück, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich sag's jetzt einfach. Vielleicht werden wir von Bring Me the Horizon verklagt. Du. Ja? Ja, du wärst verklagt. Nee, nee, nee. Das ist alles mitgehangen, mitgefangen. Das Stück ist tatsächlich sozusagen ein Interlude, das auf den Song Kingslayer einläuft. Und besagter Song Kingslayer ist ein Feature mit Babymetal. Und der Song, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das genau das ist, was ich erwartet hätte, wenn Bring Me the Horizon mit Babymetal zusammenarbeiten oder eigentlich das komplette Gegenteil. Ich sag jetzt mal aber so, der Zusammenhang des Titels Kingslayer mit einer gewissen Linkin Park-Referenz könnte schon, wenn man es ein bisschen überinterpretieren will, auch ein bisschen arg hochnäßig daherkommen. Ja, aber ich glaube, da willst du wirklich gerade überinterpretieren. Vermutlich will ich das, wo ich nicht überinterpretiere, ist, dass dieser Song einer meiner Liebsten dieses Jahres ist. Das kann ich jetzt schon sagen. Bin gespannt, was du dazu sagen wirst, weil du musst ihn ja anhören. Okay. Und ich glaube auch, die ganze EP, so viel kann ich auch schon sagen, wird für Menschen, die mit der Band irgendwann mal was anfangen konnten. Und ich sage bewusst, irgendwann, meine damit auch die Anfangstage, wird alle erfreuen. Das ist so super. Mein Gott, das passt ja zum Thema unserer Folge, wie Arsch auf einmal. Eben, deswegen wollte ich es angesprochen haben. Ah. Und weil es halt auch irgendwie beim letzten Mal noch mit drin sein wollte. Das mal nur so. Dass Architects einen neuen Song veröffentlicht haben, der ein bisschen wie neuere Bring Me the Horizon klingt, müsste ich jetzt nicht weiter diskutieren. Ja, du hast es vorhin gepostet, hast dich sehr gefreut. Deswegen dachte ich, könnte man vielleicht mal kurz drüber reden. Ich fand es lustig, wie sich in den Kommentaren einige Leute aufgeregt haben, dass die sich jetzt auch einmal verändern. Aber ist irgendwie Veränderung nicht Teil der Spielidee dieser Band? Ja, es wäre nicht so, dass es auch schon ein Album wie The Here and Now gab oder sowas, das durchaus auch mit dem brach, was die Band zuvor gemacht hatte. Eben. Kurz dazu, meine These ist tatsächlich ein bisschen die, das letzte Album, Holy Hell, das ja das erste war, nachdem Tom Searle verstorben war. Genau, wir hatten es von dem Album ja auch. Der Gitarrist und Songwriter. Schon mal hier. Genau. Genau. Da war, glaube ich, noch viel. Einfach zum einen gab es diese Thematik an sich zu verarbeiten. Dann war aber auch noch Material von Tom da, was sie ja auch verarbeitet haben. Und ich glaube, das nächste Album, was jetzt ansteht, ist einfach, sie sind jetzt in der neuen Konstellation mit dem Dude von Silosis noch zusammen und sind mit dem jetzt auch ganz, ganz neu quasi in dieses Album rein. Ich glaube, die probieren sich da jetzt einfach aus, nachdem sie dieses große, sehr emotional aufgeladene Album schon gemacht haben. Ist meine These. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, das glaube ich aber tatsächlich auch, weil auch wenn du zum Beispiel Aufnahmen halt verwenden willst von jemandem, der nicht mehr da ist oder so, das zwingt dich ja auch schon ein Stück weit in eine Richtung, weil es ist ja bestehendes Material und so. Und du schließt dann ja auch mit einer Phase ab und jetzt gibt es halt Raum für etwas Neues und es ist irgendwie logisch, dass sich das jetzt nochmal in eine andere Richtung weiterentwickelt. Ich finde die Kommentare recht belustigen, muss ich sagen. Das ist mal wieder sehr schön typisch. Ähm, Kommentare belustigen kommen wir da ja auch nochmal anderweitig zu. Ähm, mit der Breaking News von vorhin. Ja. Ich möchte noch kurz sagen, wie furchtbar ich diese ultraweit Videos finde. Was soll das? Ja. So sehen Monitore einfach nicht aus und Geräte. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ansonsten voll schön, ich mag den Song. Ja, ich nehme ich auch und ich wollte jetzt nicht auch fragen, Playlist? Ja, 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 mach mal, mach mal. Okay, ich helfe ihm. Ähm, was wir nicht auf die Playlist packen sollten hingegen, wir müssen es nur ganz kurz einmal ansprechen. Ja. Es geht schnell. Äh, Five Finger Death Punch und ihr bescheuertes Kack-Video. Ähm, wir müssen es nicht lange debattieren. Äh, ich wollte nur fragen, hast du inzwischen die Artikel gelesen, von denen ich sprach? Ja, hab ich, äh, die, äh, ja. Du beziehst dich auf den von Metal Injection. Genau, zwei Stück mehr, ja. Einmal so eine, genau, einmal so eine, äh, ja, Stück für Stück Auseinandernahme des gesamten Machwerks. Ja. Und dann eine Reaktion auf, äh, dem Zoltan, also dem Gitarristen, seine unfassbar, unfassbar dämliche oder dreiste oder dumme, ich weiß es nicht. Why not both? Ja, aber es ist wirklich so. Also, um, um, komm, wir müssen das einmal kurz anreißen. Wir müssen nicht in Detail auf das Video eingehen. Aber es ist e facto so, dass in dem Video das Tragen von, äh, Mund-Nasen-Schutz, aka Maske, als ein Sinnbild für eine kommunistische Unterdrückung in diesem komischen dystopischen Szenario, wie, äh, sie das bezeichnen, äh, verwendet wird. Also, da gibt es eine böse Frau Kommunistin und die packt allen armen, armen Amerikanern Masken auf. Sie selbst muss aber keine tragen. Ohohohoho. So. Es ist das eine, das ist eigentlich das zentrale Bild in dieser ganzen Videogeschichte und das, über das sich zu Recht viele Leute aufregen. Ja. Es ist nicht das einzige Bild, was da verwendet wird in dem Video. Also, ich meine, da gibt es auch Bilder von Zombies, die Klopapier horten, wo ich sagen würde, ja, kann man machen. Ist nicht super clever, aber kann man machen. Ist irgendwie ein Sinnbild. Irgendwie ein fetter Superman, der sich mit einem fetten Captain America boxt, während Iron Man verreckt, weil er Tide Pods, also so Waschmittelzeugs, gefressen hat. Kannst du auch machen, wenn du dich über den State of America im Jahr 2020 lustig machen willst oder da waren willst oder keine Ahnung, was die Band will. Nun haben wir aber diese Maskenthematik. Und in seinem tollen Statement sagt der Sultan, ja, nee, wir sind ja halt voll nicht gegen Masken, weil, da kommt dann der erste Kracher, man kann ja bei uns im Shop auch coole Masken kaufen. Wo ich mir echt dachte, so ein Ass. Also entweder bist du dumm wie Brot oder dreist wie nix. Aber ja, 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 nee, die Maske, das steht sinnbildlich für die Heuchelei, dass die, die die Regeln machen, sich immer, immer davon quasi frei halten. Dass die da sich nicht dran halten müssen. Wir müssen mal gucken. Eigentlich so ein Joe Biden zum Beispiel, der trägt eigentlich immer, wenn er irgendwo in der Öffentlichkeit auftritt, wo es sein muss, eine Maske. Und Trump nicht. Aber es ist keine Links-Rechts-Frage. Nein, 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 nein. Das ist alles, es ist alles so unfassbar dumm. Aber dieses Statement, das ist so nichtig, wenn man sich dieses Video anguckt, wo ganz klar ist, das heroische Moment für diese Band, wie sie es sieht, in diesem Video ist, wo der eine Dude sich die Maske abnimmt und zum Ende die all die braven Amerikaner, inklusive der Band natürlich selbst, ohne Masken, gegen irgendeine komische Bedrohung rennen, die sie da quasi in ihrem Lifestyle aufhält. Das ist so kackend dreist und dumm und scheiße. Unfassbar. Ach schön, jetzt bist du doch deutlich länger darauf eingegangen, als ich wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, lese diese beiden Artikel, die das wunderbar auseinandernehmen, das ganze Video, noch viel ausführlicher, als Stefan jetzt schon gerantet hat. Die das sehr sachlich zerlegen. Kombi-Show-Notes. Genau, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass es in die Show loskommt. Aber trotzdem, danke, Stefan. Gutes Zusammengefasst. Bitte, ja. Ich sag doch, ey, ich krieg Puls, ich hab so'n Hals. Alter, hab ich'n Hals. Oh, was schön. Wusa. Ja, nächstes. Das letzte potenzielle Off-Topic-Thema. Miley Cyrus. Hat, vor einer Stunde, glaub ich, wurde, kam's Breaking, hat oder ist dabei oder wie auch immer, ein Metallica-Cover-Album aufzunehmen. Ja, wie schön. Ja. Richtig schön, find ich vor allen Dingen, ja, diese ganzen traurigen Emojis und aufgebrachten alten Männer darüber, aber das kann die Sonne nicht machen, die heiligen Metallica. Und, ja. Jetzt soll ich sagen, ich weiß nicht, hast du, also, wie gut kennst du Miley Cyrus, Jasper? Äh, so geht's, so gut. Ich glaube, das Album wird ziemlich vernachlässigbar, aber was man jetzt schon in Kommentarspalten und so erblicken kann, ist richtig große Unterhaltung, unterhält mich mehr als das letzte Metallica-Album. Ist ein Punkt. Find ich schön. Schon dafür wird es sich gelohnt. Ja, und ich muss jetzt dazu... Wütende alte, weiße Männer. Toll. Oh, wahrscheinlich nicht, aber es ist echt. Boah. Ja, aber der Punkt ist der, ähm, Miley Cyrus, die gute Frau kann singen und die kann Sachen singen anders. Am Wochenende war in den USA so ein lustiges Streaming-Festival zugunsten von kleineren Venues, wo unter anderem die Foo Fighters aufgetreten sind und eben auch Miley Cyrus und die gute Frau hat da von den Cranberries Zombie gecovert. Mhm, guter Song. Äh, ich find den inzwischen unfassbar nervig. Echt? Eigentlich ein total gutes Song, aber irgendwie geht der mir tierisch auf den Keks. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass so wie Miley den interpretiert hat, ich richtig Bock auf ein Metallica-Cover hab. Weil der Song, das Cover, das sie gemacht hat, ist härter als das Original, so auch musikalisch. Und die hat einfach genau eine Stimme, die für so eine Musik echt gut passt eigentlich. Deswegen, das könnte spannender werden als das letzte Metallica-Album. There I said it. Ist halt auch eine niedrig hängende Latte, muss man ein Stück weit sagen. Absolut. Ich pack das Zombie-Ding auch in die Shownotes. Ja, gerne. Wenn die Leute sich selber eine Meinung bilden. Aber, also ich sag mal echt, also alles, das rumgeweine, das hat keinen halt. Es wird bestimmt nicht die musikalische Offenbarung, aber ganz bestimmt nicht so eine Scheiße, wie jetzt manche Leute erwarten. Und auch, dass die Leute sich... Und selbst wenn, dann hört man's nicht und fertig, also... So. Stefan, jetzt... Ich komm heute nicht mit dem Puls runter. Jetzt einmal... Stefan, bist du eher Dean oder bist du eher Sam? Würde ich dich gern fragen. Okay, ja. Ich hab da natürlich schon früher drüber nachgedacht. Ja. Und ich würde dir sagen... Also jetzt gesehen von uns beiden, muss man sagen. Warum, seht ihr am Folgenbild. Also ich glaube, ich bin eher Dean. Ich kann dir auch sagen, warum. Und zwar, zum einen, ich bin der Ältere. Das ist vernachlässigbar. Ich glaub aber auch, ich bin der Unvernünftigere von uns beiden. Ne, das weiß ich. Halt, stopp. Ich weiß, dass ich der Unvernünftigere bin. Ich wollte vor allen Dingen in die Richtung... Also ich würde ähnlich... Zu einem ähnlichem Schluss kommen, wird's aber eher auf Verhalten unter Alkohol zum Beispiel. In die Richtung hab ich geblickt. Ja, es kommt ja auch... Das gehört ja mit dem Thema Vernunft zusammen. Ja, es ist eher die Abwesenheit von Vernunft. Also... Ja. Ja. Aber vielleicht doch eher sogar Cass. Ich find, ich bin... Also vielleicht bin ich Cass? Ne, das geht so nicht. Warum geht das nicht? Wir haben nur Sam und Dean auf dem Bild. Ja. Also das Ding ist... Ja, so ein richtiger Sam bist du auch nicht. Also so lange Haare zählt nicht. Ich ernähre mich auch nicht so gesund. Ja. Ja, das ist es so. Ich ernähre mich definitiv eher wie ein Sam. Boah. Also du bist auch schon Mister, ich überbacke Käse mit Käse, weil Käse. Ja, aber ich esse kein Fleisch zum Beispiel. Ja, das ist aber auch das Einzige. Ja, das stimmt. Also meinetwegen darfst du... Also für mich bist du Sam. Wer war denn schon öfter in der Hölle von uns beiden? Oh, puh. Also ich wache ja jeden Morgen darin auf. Gott, das war schlecht. Du wachst in It's a Ho auf, Stefan. Das ist ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Ja, das ist wie... It's a Ho ist wie das Fegefeuer, wie Purgatory. Und wer war da? Ich glaube, Dean. Das ist so verwirrend bei denen, weil sie jede Staffel in der Hölle sind. Oder im Fegefeuer. Haben jetzt eigentlich alle verfolgt, die noch nie eine Folge... Äh, verfolgt. Haben alle verloren, die noch nicht eine Folge Supernatural in ihrem Leben geguckt haben? Ich glaube schon, oder? Möglich, aber vielleicht sollten die es tun, weil das würde ich ja sagen. Das ist ja ohne Scheiß die einzige Serie, von der ich alle sage und schreibe 15 Staffeln gesehen habe. Die 15. und letzte läuft gerade. Und ich finde es unfassbar frech. Du bist noch nicht in der 15. Nee, ich bin wahrscheinlich bei 10 oder so. Oder ich weiß es noch nicht. Mein Problem ist auch, ich müsste jetzt erstmal rausfinden, wo ich eigentlich aufgehört habe, um wieder reinzukommen. Was auch total schwierig ist, weil du kannst dich auch nicht an so Sachen orientieren, wie XY stirbt, weil die dauern sterben. Das ist das Problem. Das stimmt. Die bleiben einfach nicht tot. Du kannst ja nicht gucken. Ja, ich habe darauf gehört, als Dean gestorben ist. Ja. Staffel 3, 5, 7. Welcher Tod? Zweite Hälfte von Staffel 7. Die Western-Folge. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Die Musical-Folge. Oh, die ist so fantastisch. Man weiß es nicht. Okay, aber es muss jetzt einmal noch kurz sein und vielleicht haben wir dann auch die Lösung, wer du bist. Oh, schön. Das hört man jetzt ganz schlimm, oder? Ja, ja. Ah. Okay, folgendes. Wie frech ist es bitte in der, ich glaube ... Das muss das Boot abkönnen. Ja, wie frech ist es in der letzten Staffel einer Serie, eine Figur wie Mrs. Butters einzuführen? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Mrs. Butters ... Willst du mich jetzt spoilern? Das kann ich spoilern, weil die ist nach der Folge weg. Aber Mrs. Butters ist eine Waldnümpfe. Sagen dir die Man of Letters was? Ja, klar. Ja, der Bunker. Ja. Die ist eine Waldnümpfe, die in dem Bunker Haushälterin war. Mhm. Und die ist so fantastisch. Vielleicht bist du tatsächlich Mrs. Butters, weil die kann fantastisch gut kochen und Plätzchen backen und so. Die kann aber auch, wenn es sein muss, dir mit bloßen Händen den Kopf abreißen. Hm. Finde ich jetzt nicht ganz schlecht. Also, du bist eine Mischung aus Cass und Mrs. Butters, weil ganz so ein verlorenes Lämpfchen wie Cass bist du halt auch nicht. Ja, das stimmt. Schwierig. Schwierig. Ich werde diese Frage nicht komplett aufklären können. Ich bin mir froh, dass wir uns einig sind, dass ich Dean bin. Ja. Das muss an der Stelle reichen. Super. Gut. Und über eine Sache sind wir uns dann noch einig. Und zwar, dass wir heute über was reden, Jasper? Nachdem wir jetzt ganz viel über anderes geredet haben. Ist das schön. Der kommt schon aus dem Off. Wir reden über das Dingsbum-Symbol. The Symbol remains. Das war ein Vorschlag von Janis. Janis. Was hat es damit auf sich, Stefan? Also, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt wach, wir müssen es hinter uns bringen. Ja, also, Zuhörer Janis hat uns eine sehr lange und sehr ausführliche Mail geschrieben, die wir eigentlich auch einfach hätten vorlesen können, warum wir uns der Band Blue Oyster Cult widmen sollten. Die, die am 9. Oktober dieses Jahres ihr erstes Studioalbum, besagtes The Symbol Remains, rausgebracht haben. Das erste Studioalbum seit 2001. Also, seit bummelig fast 20 Jahren. Und hat da ganz schön betont eigentlich, so eine Sache, die ich zwar von meinem Teil wusste, aber mich tiefer mit auseinander beschäftigt hatte, dass es schon eine ziemlich einflussreiche Band für den Metal war, ohne je so richtig groß geworden zu sein. Ja, mit halt so ein, zwei Hits, die irgendwie jeder kennt, die ansonsten aber irgendwie echt nicht viele Leute auf dem Schirm haben, die Band. Und er verglich das Album, das vorliegende auch zum Beispiel mit der 13 von den Engländern von Black Sabbath. Die ja auch, um das einfach mal kurz wegzuhangen, weil wir müssen dazu auch noch eine Sache sagen. Jasper sagte, er hatte ganz tolle Notizen. Zu den tollen Notizen gehörte nicht, wie ich gehofft hatte, dass er sich so schönen Sachen gewidmet hat, wie Zahlen, Daten, Fakten. Aber es gab mal eine gemeinsame Tour, eine Black and Blue Tour von Sabbath und Blue Oyster Cult. Right. Ja, deswegen, die Bands kommen öfter in einem Kontext zusammen, haben da, da gibt es Bezüge, woher die kommen, kann ich nachher erklären tatsächlich. Ja, und da hat es deswegen das mit der 13 verglichen und brachte auch an, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo auch zum Beispiel mit Atze Datze alte Urgesteine wiederkommen, irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt wäre, wobei ich tatsächlich ACDC da rausnehmen würde. Einfach vor dem Grund, ACDC sind meiner Meinung nach, was das Drumherum und so weiter angeht, kein bisschen so spannend wie Blue Oyster Cult, durfte ich feststellen. Nee, und auch soundtechnisch und so, das ist ja einfach eine ganz andere Welt. Richtig. Nichts gegen Atze Datze, haben wir ja beide Bock drauf, aber das ist schon ein anderer Schnack, das passt so gut nicht zusammen. Ähm, ja, das zur Präambel. Dann, mal kurz an dich erstmal, ja, die Frage, Jasper, wie weit hattest du dich, bevor wir uns jetzt mit diesem aktuellen neuen Album beschäftigt haben, mit der Band auseinandergesetzt? Das ist halt das Ding, ich kann mich wirklich einreihen bei den Leuten, die sagen, sie kennen zwei, drei Songs und wissen, dass es die Band gibt und haben vielleicht auch True Blood geguckt oder so, wo das irgendwie ganz halt als Intro lief, völlig fantastisch. Ähm, ich hab mich tatsächlich auch wirklich wenig mit der Band befasst gehabt und hab jetzt recht viel gehört und hatte durchgehend Spaß damit eigentlich, auch mit den verschiedenen Phasen der Band und so und vor allen Dingen hatte ich die ganze Zeit, und das ist total toll, so ein total heimeliges Gefühl so, weil mir alles, obwohl ich ganz viele Sachen noch nie gehört hatte, es kam mir alles unfassbar bekannt vor, es kam sich, fühlte sich alles total richtig an, hat ganz viele Assoziationen zu anderen Bands geweckt, aber halt nicht im Sinne von, die haben das denen eigentlich nachgemacht, sondern das Gegenteil, die haben sich den Scheiß damals größtenteils ausgedacht und der Rest, äh, von dem ich das kenne quasi, hat's dann irgendwie 10, 20 Jahre später mit aufgenommen für den eigenen Sound. Total spannend, also fand ich wirklich eine schöne Reise durch die Musik und die ist noch lange nicht abgeschlossen, weil, ähm, ich mein, die haben jetzt nicht 10.000 Alben veröffentlicht, das ist eine Handvoll eher, ähm, aber trotzdem einiges an, an Stoff zu hören, total spannend. Ja, das stimmt, äh, boah, ich weiß nicht, wie viele Alben es sind, aber ziemlich viele, und ich kann an der Stelle jetzt schon mal sagen, Janisse hat ein Monster erschaffen, ich habe mir kurzerhand die komplette Diskographie der Band bestellt und versenkt mich jetzt dann im nächsten Lockdown einfach in Blue Oysterkalt, habe ich beschlossen. Bestellt, wie im Sinne von, du hast bei Spotify abonnieren gedrückt, richtig? Nein, im Sinne von, ich habe mir physische Tonträger geholt. Warum das denn? Ich brauche das! Materialistisches Kapitalistenschwein, ey. Ja, voll. Konsum, geil, ich bin doch Dean. Ich bin einfach Dean. Ja, ist so. Dean mag auch Blue Oysterkalt. Fakt. Sam nicht, aber du magst, Cass mag bestimmt auch Blue Oysterkalt. Auf jeden Fall, Cass bester Mann. Engel. Beste Mann, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, genau, also, äh, das ist doch ein recht umfangreiches Werk, was die Band so an sich hat. Und was ich total bezeichnend fand, so in den frühen Jahren, also, muss ich sagen, gegründet hat sich die Gruppe in den 60ern, die hießen dann irgendwie mal Soft White Underbelly, dann Oaxaca, dann, äh, Stork Forest Group, bevor sie sich, äh, ich glaube 1970 in Blue Oysterkalt benannt haben. Ja, gegründet ist ja schon mal gar nicht so ganz richtig, ne? Tell me more. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass es da zwei, äh, Studenten gab, die Bock hatten, eine Band zusammenzustellen und zu managen, die haben auch Songs für die geschrieben. Mhm. Sind aber selbst nie auf diesen Platten oder als auf der Bühne zutage getreten. Das heißt, die haben das eigentlich mehr oder weniger zusammengecastet. Tatsächlich ist das ein Punkt, die genaue Genese der Band, die geht einem ja vorbei. Das habe ich nicht auf dem Zettel. Äh, äh, die beiden Menschen, von denen du sprichst, das ist auf jeden Fall mal Sandy Perlman. Mhm, und Richard, nicht mehr Zeller, das ist ein Fußballer, aber so ähnlich. Ich sag ja, meine Notizen sind brustighaft. Richard? Ja, Sandy und Richard. Okay, Richard war dann aber irgendwann, okay, da bin ich tatsächlich jetzt ein bisschen raus. Ähm, Fakt ist aber, ich weiß, Perlman ist eine ganz, ganz wichtige Person, was das Ganze angeht. Ja. Ja, Perlman hat die Band, sag mal, ich kriege hier mein WhatsApp-Web nicht ausgeschaltet, warum, warum tut das? Äh, ja, also Perlman hat die Band zusammengestellt, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, man sollte dazu sagen, die Band kommt ein bisschen aus so einem universitären Kreis, kann man sagen. Die haben sich, glaube ich, alle aber doch irgendwie im Umkreis der Stony Brook University in New York kennengelernt. Das, also ich denke mal, die waren irgendwie Studis, die da so rumgehangen sind. Und, oh, gefährliches Halbwissen, dafür habe ich nachher knallharte Fakten. Anyway, Perlman, wie gesagt, äh, hat quasi ganz viel Initiative bei der Band gezeigt. Perlman war Manager, Produzent bis, ich glaube, äh, also die Agents of Fortune, auf der hier auch Don't Fear the Reaper drauf ist, von 1976 hat er auch produziert. Ähm, er war stellenweise sogar im Gesang, wenn ich das richtig gelesen hatte, aber nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, und er war dann gegen später bei Black Sabbath, als die hier in der Dio-Phase waren, hat er Sabbath auch eine Zeit lang gemanagt. Und daher kam auch diese gemeinsame Tour zustande. Ähm, ähm, was bei Perlman aber so richtig spannend ist, ist, äh, wie ich finde, ähm, der hat, also alles, was er auch mit dieser Band gemacht hat, hängt mit einem, ich nenne es jetzt mal mit einem Konzept, wir nennen es jetzt mal der Einfachkeit halber Konzept, zusammen, dass er sich irgendwann in den 60ern zusammen gereimt hatte, das unter dem Titel The Soft Doctrines of Imaginers läuft. Soft Doctrines of Imaginers ist, wie, äh, angesprochen, eine sehr wirre, weird-fiction-mäßige Geschichte. Es geht um eine große Weltverschwörung, es geht um große mysterische, Mysterien, Geheimnisse und so weiter und so fort. Ich will das an der Stelle nicht zu weit ausführen, weil das eigentlich Potenzial für eine ganze Folge bietet. Ähm, nur so viel, ähm, diese, 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 diese Idee, dieses, ich nenne es, dieses Konzept, das sich auf die Band übertragen hat, im Sinne von Texten, die stattfinden, es gibt ein Album, das letzte, das ist, glaube ich, in der, also, es gibt ein Album, das auch Imaginers heißt, das quasi tatsächlich das ganze Konzept, das er sich da mal ausgedacht hat, erzählt. Genau, das ist das elfte Album der Band, glaube ich, oder sowas. Genau. Ende der 80er war das. Genau, de facto hatte aber niemand in der Band Bock auf diese, dieses Konzept-Album. Deswegen hatte es, Perlman das eigentlich nur mit dem Schlagzeuger Albert Bouchard aufgenommen, beziehungsweise mit dem dran weiterarbeitet, gearbeitet, bis dann die Plattenfirma sagt, das ist irgendwie scheiße, wir wollen da draußen ein Blue Oyster Cult-Album machen, deswegen ist die Band rein, woraufhin dann Bouchard raus war. Das ist irgendwie relativ spannend. Die Band hatte auch keinen Bock auf Cowbell, nur, just saying. Ja, die Band hatte auch keinen Bock auf Cowbell, da kommen wir gleich noch zu. Ja, es war nur ein kurzer Einwurf, um ein bisschen Vorfreude auf Cowbell zu... Ja, Cowbell ist das Beste. Wohin wollte ich eigentlich genau? Das weiß ich auch nicht, Steffen. Ich wollte damit hin, dass zum Beispiel der Name Blue Oyster Cult, der stammt auch tatsächlich aus diesem ganzen großen Konzept, sage ich mal, spielt da quasi eine Rolle. Genauso wie auch, nee, da müssen wir jetzt mal anders, Gottes Willen, habe ich mich da jetzt verzettelt. Punkt ist, Sandy Perlman, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Person, ist 2016 verstorben und ja, was man zu ihm sagen sollte, er war nicht nur Manager, Producer und so weiter und so fort, sondern er war auch einer der ersten Musikkritiker, weil ich mich hochinteressant fand. Also so klassischer Fall von, ich kann Musik kritisieren, aber bin selber nicht musikalisch, aber ich weiß genau, wo es hingehen soll. Und das hat er, glaube ich, ein bisschen versucht mit Blue Oyster Cult durchzusetzen, bis die Band dann irgendwie da nicht mehr so richtig Bock drauf hatte. Ja, also da wurde ja auch generell dann von vielen, von Labels zu allen möglichen Bands geschliffen, hat auch irgendwie das zweite The Clash Album hat er, glaube ich, auch gemacht. Zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, er wäre quasi der Hunter Thompson des Rocks gewesen, das war ja dieser Gonzo-Journalist, dieser berühmt-berüchtigte. Ja, ja, das kann man auch definitiv sagen, also man muss halt wirklich sagen, wir bewegen uns in den USA der 60er, 70er, in einem akademischen, studentischen Milieu, in Kunstkreisen. Drogen haben da mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei der Band. Von dem Umfeld. Und, ja, und da war Sandy Perlman unterwegs, dem wir sich auch komplett versenken können. Ich bin zum Beispiel über eine total spannende Anekdote von ihm, beziehungsweise nicht eine Anekdote, ein Interview mit ihm gestolpert, das er mit Banger TV geführt hat. Ah, mit Sam Dunn, meinst du? Genau, mit Sam Dunn. Wo er ein bisschen über die Zusammenhänge von Heavy Metal und klassischer Musik referiert. Und zwar auf eine hochgradig interessante Weise. Also ich weiß nicht, ob das fachlich so stimmt, aber so wie er es darlegt, ist es für mich schlüssig. Mal so in aller, aller Kürze, quasi zeichnet er eine Linie von Hector Berleos. Der war in der Romantik ein ganz, ganz größer, hat quasi die Programmmusik erfunden. Also sprich, klassische Musik, auch ohne Gesang und so weiter, die aber trotzdem eine Art Geschichte, ein Narrativ beinhaltet. Und er hat auch quasi das moderne Orchester konzipiert. So wie wir es heute im klassischen Sinne kennen. Ausgehend von diesen Berleos haben laut Perlman drei Menschen. Nämlich List, Bruckner und, na, wer noch? Natürlich Wagner! Einmal Wagner, immer Wagner. Nee, eigentlich wollte ich über Wagner hin zu Horror-Soundtracks. Hört euch das Interview an, es ist fantastisch. Anyway, die Band und der Metal-Umlaut, da wollte ich hin. Ah. Und es gibt da so die eine These oder Behauptung, dass der damalige Bassist, Alan Lanier war das, glaube ich, ja genau, der 2007, nee, der 2013 verstorben ist, auf die Idee kam, dann kam wieder irgendein Musikkritiker auf die Idee, er war es. Anyway, der Band Blue Oysterkalt wird ja oft angesagt, sie hätten den Heavy-Metal-Umlaut erfunden. Weswegen ja das Blue Oysterkalt ist. Mhm. Muss man an der Stelle auch mal genannt haben. Ich weiß nicht, warum ich darüber den Umweg über dieses klassische Ding, aber es ist egal, es ist super spannend und auch das Interview kommt in die Shownotes. Aber jetzt sind wir dann auch gleich hier mit dem Major-Gedöns durch und kommen dann endlich zu The Symbol Remains. Und um über The Symbol Remains sprechen zu können, müssen wir mal über The Symbol reden. Ne? Ja, das aus unserem Folgenbild, meinst du? Genau, das hier da, wir haben einen Screenshot aus Supernatural sehen. Mit Sam und Dean und ohne Cass möchte ich ankreiden an der Stelle. Ne, wir haben uns ruhig die Frage ausgehend von diesem Bild gestellt. Ja. Dass du jetzt wieder die Regeln brechst, dafür kann ich nix. Wieso breche ich denn jetzt die Regeln? Dass du Cass sein willst. Ja, Entschuldigung. Du darfst aber alles sein, was du willst. Egal, so, ähm, wo sind wir jetzt? Hier, Cross of Questioning, so wird es da betitelt. Dann gibt es irgendwie auf Wikipedia zu lesen, das sei das antike Symbol für Kronos, den Titanen. Das waren Titanen, genau. Titanen. Oder aber das alchemistische Symbol für Blei im Sinne von Heavy Metal. Mhm. Ist, glaube ich, alles Quatsch. Was aber nicht Quatsch ist, und das ist noch so eine unfassbar spannende Geschichte rund um diese Band, ist, dass dieses Symbol auf einen Dude namens Bill Gorlick zurückgeht. Bill Gorlick hat, ähm, auch die Cover für die ersten beiden Alben, also das, äh, selbst betitelte Blue Oyster Cult und das zweite Tyranny and Mutation gemacht. Und hast du die gerade vor Augen? Nee. Nee. Okay. Das sind so schwarz-weiß gehaltene, sehr, ich glaube, man wird es formalistisch nennen, äh, äh, in Anführungszeichen Architekturstudien von seltsamen Gebilden. Ach, das ist eine mit diesen ganzen, mit diesen Räumen, ist das das Ding? Genau, mit diesen ganzen Türen, wo am Horizont quasi einmal das Symbol ist. Genau. Und das zweite Album, da ist es quasi, das sieht ein bisschen aus wie so eine Art Funkturm, auf dem dann eben dieses Symbol thront. Mhm. Und tatsächlich kommen diese beiden Cover aus einer Arbeit, die dieser Gorlick im Zuge seines, äh, Masterstudiums, beziehungsweise seines Studiums gemacht hat, was er auf, also dazu muss man sagen, alles, was man über diese Person weiß, und das wird noch richtig spooky, äh, ist, ist alles nicht so richtig hundertprozentig belegt, aber einigermaßen nachvollziehbar. Aber anscheinend hat der Dude wohl auf meterlangen, ähm, äh, Papierrollen, da seine, seine Architekturskizzen hingemalt, unter anderem eben auch die beiden da auf dem Cover. Und das lief alles unter einem Projekt namens City of the Future Masters, also quasi so eine Idee, wie sieht eine Zukunft architektonisch aus, wie könnte das aussehen, war so ein bisschen der Ansatz. Ist jetzt ja mal noch gar nicht so wild, allerdings kommt hinzu, dass dieser Bill Gorlick einigermaßen enigmatisch war, möchte man sagen, sprich, äh, halbwegs neurotisch. Er war eine Zeit lang wohl Taxifahrer in, äh, New York und hatte immer schön eine Machete unterm Fahrsitz, hat, äh, sich die Nächte in einem gewissen Wahn um die Ohren geschlagen und da an seinen Sachen gearbeitet und ist dann tagsüber quasi komplett übernächtig Taxi gefahren eine Zeit lang. hing irgendwie ab und an in, im, im Bandhaus, das die Band damals hatte, rum, hat irgendwie ein bisschen Gras geraucht und Musik gehört und sich davon inspirieren lassen und so gedöhnt. Und hat noch zu allem Überfluss, das wird nachher nämlich auch nochmal wichtig, äh, relativ nahe Bezüge zu Rhode Island äh, und insbesondere zu der Gegend, in der H.P. Lovecraft wohnte. Der war selbst so eine Art Figur, wie sie aus einer Lovecraft-Geschichte kommen könnte, möchte ich dazu sagen. Spannend, ja, cool. Ja, und es wird halt noch spannender. Keine Sau weiß, was nach irgendwann in den 70ern mit Bill Gorlick passiert ist. Niemand mehr. Weiß nicht, ob die Person noch lebt, ob der verstorben ist, was soll ich sagen, es weiß niemand mehr. Der ist verschollen, laut allen Angaben, die es da gibt. Da gibt's auch Aussagen von der Band und so weiter. Der ist lost. Hm. Hat aber dieses, dieses eine Symbol geprägt, was danach auf jeder einzelnen Veröffentlichung des Blue Oysterkall zu sehen war und es halt auch in die Popkultur geschafft hat, wie zum Beispiel eine Referenz in Supernatural und auch darüber hinaus. Ja, ich möchte an der Stelle nochmal zurück zu, äh, zu Kronos, ähm, mit dem Titan, der unter anderem auch der Vater der ganzen griechischen Götter war, also Zeus und dergleichen mehr. Zeus war ja selbst auch Göttervater, aber auch so Poseidon, Hades und so, ähm, waren alles Kinder von dem Kronos. Und, ähm, der Gag ist, dass der ganz oft auch mit einer Sichel dargestellt wurde und als Vorbild gilt für Kommunismus. Den Reaper. Oh. So. Ja. Da sind wir wieder bei der Cowbell angekommen, würde ich mal sagen. Und definitiv können wir, nachdem wir jetzt so lange über ganz viel anderes zurückgeredet haben, auch mal über die Cowbell reden. um kurz zu sagen, The Symbol Remains heißt, das neue Album von The Blue Oyster Cult, von Blue Oyster Cult, nicht da, wobei es auf dem ersten Album mit da ist, oder auf dem zweiten, ist auch egal. Es heißt, The Symbol Remains, das Symbol, das Remained ist eben besagtes Kreuz, das eine Sichel beinhaltet. Mhm. Und wir kommen zum ersten Song, That Was Me. Wollen wir nicht erst mal über Don't Fear The Reaper reden? Du hast das die ganze Zeit so schön vorbereitet und ... Dann sprich du kurz erst über ... Ich dachte, du hättest das gesehen, warum, und willst deswegen dahin. Dann erzähl du mal kurz über Don't Fear The Reaper. Den großen Hit der Band. Das ist aber okay. Na, du wolltest das unbedingt eigentlich. Du hast vorhin gesagt, du willst darauf hin. Ja, ich will darauf hin, und zwar, weil ich über That Was Me sprechen will. Okay, sprich über That Was Me. Den openers neuen Albums. Okay. Folgendes. Also, wir haben hier das erste Album dieser Band seit 20 Jahren. Auf dem ersten Song ist ein musikalischer Gast dabei. Und zwar ist es der Ex-Schlagzeuger Albert Bouchard, der na, welches Instrument spielt in diesem Song? Die Kauppel. Yes! Was ist das bitte für geiler Humor? Die lieben ja auch selbst den Kauppel-Sketch, habe ich mitbekommen. Den kannst du ja auch nur lieben. Ich glaube, wir müssen more Kauppel schon in die Shownotes packen, oder? Ja. Was, wenn ich dir verrate, dass dieser Sketch als Easter Egg in meinem Auto eingebaut ist? Das wollte ich fragen, ob dein Auto über diese Funktion funktioniert. Ja. Funk verfügt. Ja. Hast du getestet? Regenbogen, ja. Ich habe es tatsächlich, beim ersten Mal passierte es versehentlich, in einer Baustelle auf der Autobahn. Ich war sehr verwirrt, dachte, das Auto ist kaputt. Weil plötzlich die Straße zu einer Regenbogenstraße wurde und mehr Kauppel gefordert wurde. Sehr schön. Das sollten wir auch als Video in die Shownotes packen, damit man sich irgendwas darunter vorstellen kann, was für ein Schwachsinn Jasper gerade erzählt. Ja, das ist, ich kann es mir auch nicht vorstellen, deswegen lasst es gerne tun. Ja. More Kauppel besagt das Sketch. Und er sagen muss, in dem Sketch ist ja lustigerweise der Produzent, wird da ständig als The Bruce Dickinson, also der Bruce Dickinson benannt. De facto hat Bruce Dickinson kein Album der Band produziert. Nein, da steht da, wie gesagt, mehr für Pearlman und auch den den Dude. Der steht nicht für Pearlman in der Stelle. Stimmt, da war es ein anderer, der Produ... Doch, also er steht für Pearlman, aber den Song von Don't Fear The Reaper hat eigentlich jemand anderes produziert. Ja, genau, weil dazu gibt es die schöne Story von der Band selbst, die sich dann auf den Sketch bezieht und das nochmal aufgreift und sagt, ey, das ist verdammt nah eigentlich an der Realität drin, weil er für den Song gab es irgendwie drei verschiedene Produzenten, die da zusammen waren und einer, das war so ein Typ, der hat uns Jingle gemacht, der hat zum Beispiel dieses Pepsi Generation gemacht und so AT&T Jingles und so und der wollte unbedingt diese Cowbell, alle anderen wollten das nicht, aber er wollte die Cowbell und er hat sie bekommen und hat er richtig gekriegt. Überleg auch jetzt gerade, wie der Song ohne Cowbell wäre. Ich glaube nicht schlechter. Wahrscheinlich nicht, aber weil die hatten erst so eine komische Flöte drin oder Trompete oder so, das wurde dann rausgekickt, dann wollten sie eine Triangel und der Produzent wollte aber unbedingt in diese Lücke da in diese Cowbell reinschmeißen. Da ist mir eine Cowbell aber auch lieber als eine Triangel. Und da haben sie tatsächlich auch wirklich diverse Maler aufgenommen und die fanden es immer alle blöd und er hat sich am Ende durchgesetzt und sie haben dann die Cowbell auch irgendwie mit Ducktape umwickelt, damit sie nicht ganz so sehr cowbellt und so und am Ende war dann die Cowbell drin und sie sahen, dass es gut war. Sie sahen, dass es gut war und sehen es auch heute noch und beweisen, dass sie einfach geilen Humor haben. Das zieht sich nicht auf dem Album durch. Das ist echt schön. Wie findest du den Song That Was Me an sich? Also ich habe jetzt nicht zu jedem Song was aufgeschrieben. Ich finde den Einstieg des Albums generell nett. Meine Highlights kommen aber später. Ja, also gehen wir aus. Ich war so, als ich die Platte das erste Mal eingeworfen habe, also wirklich mit relativ wenig Erwartung. War ja auch so, ist ein guter, härterer Rocksong. Ist schmissig, ist eingängig, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Genau. Aber schöne Cowbell. It needs more Cowbell. Hat er gekriegt. Und dann kommt auch der Boucher. Ah, ist das alles schön. Aber de facto war ich gleich dann beim zweiten Song Complete in Love. Bei Box in My Head? Ja. Führe aus. Ja, also Box in My Head. Es ist, das ist so ein Powerpop-Song, würde ich sagen. Wenn es ein Genre sein müsste, Powerpop. Es ist kein richtiger Hardrock-Song in dem Sinne. Sehr eingängig, sehr schmissig, mehr Pop. Schmissig also. Ja, das ist einfach das richtige Wort dafür, finde ich. Und man muss es erstmal schaffen, einen Refrain wie folgenden so zu verpacken, dass es ein Ohrwurm wird. There's a box in my head and inside is a box and that box has another box within there's a box in my skull. Box. Das ist unfassbar gut, dass das als gesungen als Ohrwurm funktioniert. Das ist echt eine Glanzleistung. Das darf eigentlich nicht funktionieren. Ja, das ist ein bisschen frech, das stimmt schon. Ja, dem Zuge fiel mir aber noch was ganz anderes auf. Und zwar etwas, das ich von der Band schon öfter gehört hatte, aber da ich mich nie tiefer mit auseinander gesetzt habe, nie so richtig wahrgenommen habe. Die Texte haben durchaus stellenweise fast schon literarischen Anspruch. und das kommt nicht von ungefähr. Nee, das passt ja auch zu dieser ganzen Gedichtskiste da von dem Sandy. Von Perlman. Genau. Genau, also Perlman hat auch ein paar Texte gesagt, auf dem vorherigen Album geschrieben, aber jetzt, da der, wie gesagt, verstorben ist, arbeiten die seit, also The Bläuse Kalt, seit dem, ich glaube, dem letzten Album, dieses irgendwas mit Mirror, nicht Mirror, sondern irgendwas mit Mirror, mit einem gewissen John Shirley zusammen. John Shirley ist Schriftsteller, zählt mit zu den Mitbegründern von des Cyberpunk-Genres, hat zum Beispiel aber auch so Geschichten gemacht, wie Filmdrehbuch von The Crow mitgeschrieben und jetzt auch zuletzt, irgendwie, das wusste ich gar nicht, zum letzten Album von Mark Tremonti hier vom Alter Bridge Gitarristen quasi den Roman dazu geschrieben, mit Mark Tremonti zusammen. Ja, und er hat zum Beispiel auch für Borderlands Sachen geschrieben und so. Stimmt, genauso Titan-Novels, genau. Und ja, also ich glaube, man bucht tatsächlich zu dem einen Resident-Evil-Film und so, also der ist tatsächlich sehr, sehr umtriebig in sehr vielen verschiedenen Bereichen und macht da wohl auch echt immer eine relativ gute Figur, was man so mitbekommt, ohne dass ich jetzt irgendwie den Großteil des Schaffens kennen würde, weil das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich unfallreich. Ich bin da auch drüber gestolpert. Ja, also das ist viel so groß, aber es ist halt de facto so, dass er zum Beispiel hier bei Box in my Head seine Finger drin hatte, er hat übrigens auch beim ersten Song schon seine Finger mit drin und ich finde, das macht sich bemerkbar, dass er wirklich, also ich traue, also den anderen Bandmitgliedern, die haben auch echt gute Arten, Texte zu schreiben, aber der, der macht noch mal andere Dinge, da gibt es nachher noch ein schönes Beispiel, riecht total gut und der Vollständigkeit halber, muss man aber auch das sagen, dass John Shirley's erste Roman, deswegen kommt wahrscheinlich überhaupt die Connection, Transmaniacon, ist ja quasi bezugnehmend auf den ersten Song, auf dem ersten Blue Oysterkall-Album Transmaniacon MC, daher kommt überhaupt die Connection, also das ist richtig, richtig geil, was sich da alles auftut, jetzt schon an der Stelle, wir sind bei Song 2 und wir haben noch nicht über tote US-Präsidenten gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie du das hinbekommst, aber ich will ja auch über eine Browser-Erweiterung mit Präsidenten reden, da bist du wahrscheinlich auch gespannt. Da bin ich richtig gespannt. Nee, ich hatte so viele andere Sachen, in die ich meinen Kopf versenken musste, ging nicht. Okay, Box in my Head, Hit, ist für mich Playlist, einer von zwei meiner Playlist-Songs von der Platte. Kannst du nichts machen, Playlist. Ihr liebt den Song. Na gut. Ja. Na gut. Dupeweise liebe ich aber auch Tainted Blood. Echt? Ja. Also wie gesagt, meine Highlights kommen später und ich bin auch eigentlich dagegen, jetzt irgendwie über jeden Song in der Länge irgendwie zu gehen. Müssen wir auch gar nicht. Müssen wir auch überhaupt nicht. Ich liebe den Song aber. Und einfach nur aus dem Grund, weil es halt einfach echt crazy Vampir-Schmons ist. Ja, das stimmt. Und für mein kleines Emo-Herz ist halt eine Zeile wie Eternity is Misery. Ja. Das ist halt echt groß. Es klingt halt auch ein bisschen wie Meatloaf. Da kommen wir aber später auch nochmal, glaube ich, stärker zu, oder? Ja, gerne. Weil das ist eigentlich, glaube ich, sogar mein Highlight dann später. Oh, schön. Wenn wir vom Gleichen reden sollten. Aber ich gehe stark davon aus. Ich vermute es auch, tatsächlich. Ich würde gerne noch auf Nightmare Epiphany kurz zu sprechen kommen. Einfach, weil da nochmal ein Beispiel ist. Du kommst ja auf jeden Song der Platte kurz zu sprechen. Danach halt nicht mehr. Aber da ist halt wirklich so ein Ding drin, wo ich sehe, okay, Shirley, literarischer Einspruch. Hast du da dir mal den Text angeschaut? No, Sir. No, Sir. Gut, dann hast du also nicht geweint. Nein. Ich sag mal so, in der ersten Strophe kommen die Zeilen Burning Teslas were driving by at the wheels evil clowns. Ich finde, das ist ein unfassbar gutes Bild. Brände Teslas und am Steuer fiese Clowns. Es geht um einen Albtraum, den ein Mädchen hat und danach entspricht sich eine Liebesgeschichte. Weiter muss man nicht gehen. Aber diese Zeilen, ich finde die so gut, weil das so ein krass starkes Bild aufmacht und so ein zeitgemäß. das hätte ich von so einer Band nicht erwartet, sowas auf so einer Platte zu hören. Fühle ich gerade nicht, aber stimmt, das ist eigentlich zu zeitgemäß für so eine alte Band, ohne das alt jetzt negativ nehmen zu wollen. Du fühlst es nur nicht, weil der Tesla brennt. Das ist mir so egal. Solange der Tesla seinen Regenbogen fährt, nee, ich finde das super, das ist halt so eine Ästhetik, auf die ich stehe. Genauso wie ich auf Vampir-Schmunz stehe, stehe ich auf so absurdes Zeug und auf die Train-Gitarren in dem Song. Aber das ist auch gut. Okay. Über die Nächsten wolltest du ja nicht reden, hast du ja schon verlauten lassen. Nicht zwingend notwendig. Nee, genau. Also für mich ist das erste Highlight auf der Platte eigentlich so ein Machine, da müssen wir jetzt aber auch nicht groß drüber reden. Den finde ich sehr nett. Ich finde ihn vor allem auch sehr irritierend, weil er mit diesem Handy-Klingeln anfängt und ich mich jedes Mal umgucke. Ja. Ist natürlich ein Cheap Trick, aber immer wieder schön. Ja, und vor allen Dingen halt auch, weil es ja auch inhaltlich so schön passt, weil es ja dann natürlich auch, es geht, die Band machen einen Song über Smartphones. Ja. Auch das wieder eigentlich genau das Gleiche wie eben mit deinen Teslas. Erstaunlich vorwärtsgewandt, sag ich mal. Absolut. Ist natürlich auch eine gewisse Kritik drin, aber eine durchaus nachvollziehbare und jetzt nicht so alte weiße Männer schimpfen über Miley Cyrus, die Metallica covered mäßig, sondern schon so ein bisschen ambivalent. Also es geht darum, wie toll eigentlich so Smartphones, also dass die ja wirklich was helfen und was bringen, aber gleichzeitig ist man schon ein bisschen denen aus, wie heißt das, ausgeliefert. Man muss sagen Smombi. Smombi. Stimmt, das war klar. Das war gar nicht schlimm. Aber schön. Ja, richtig schön finde ich auch Train True, Lenny's Song, was für ein fantastisch unterhaltsamer Song. Das ist ja tatsächlich mein zweiter Liebling, den ich auf der Playlist haben muss, ja. Okay. Würde ich mitgeben, weil der ist schön unterhaltsam, ja. Voll. Ich muss sagen, was auch bitte? Nee, mach. Ich blick den inhaltlich ja nicht so richtig. Also es geht wohl um einen Lenny, der auf der Suche nach jemandem ist und deswegen bei der Eisenbahn anheuert. Oder so. Oder so. Und deswegen geht es dann halt dann auch schon mal so, dass es heißt Train, Train, Fiddly Dang, Fiddly Otten, Fiddly Dude, Dalliangidoo. Dann kommt aber quasi, wie der Lenny, so vermute ich, zu seinem Chef ins Büro reingeht und ihn quasi so anguckt, also seinen Chef und dann so Dinge raushaut wie Feelings are somewhat symptomatic of societal abrasions that conform electric static, wo ich selber nicht mal weiß, weiß, ob das jetzt Unsinn ist oder total schlau. Woraufhin der Chef einfach nur erwidert, hey son, I don't think you have that much of a brain und er sagt, you've gotta have a brain when you're working for the train. Das ist so gut. Ja, das ist so fantastisch. Also ich weiß auch nicht so richtig, wo ich mit dem Song hin soll, aber ich finde den so unterhaltsam. Das ist mega, mega richtig toll. Das ist halt so ein bisschen so, also so Feelings-mäßig so ein bisschen walk the line, weißt du, so ganz erzählend halt tatsächlich so. Ja, und das hat ja auch wirklich dieses von Johnny Cash etablierte Chugga-Chugga diese Art Gitarre zu spielen und Mundharmonika, die wie Zugpfeifen da klingt. Ah, war das schön. Ah, liebe ich so doll. Also für mich würde es dann mit Florida Man weitergehen oder hast du davor noch was? Äh, 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 ich bin irritiert. Wieso? Also, äh, ich, kurz, äh, einmal zu Return of St. Cecilia ist jetzt nicht so richtig spannend, spannend, ist aber wie alle Songs, auch die, die wir jetzt übergehen, das muss man dazu, meiner Meinung nach, festhalten. Ich finde die alle toll. Ja, da ist kein Müll drauf, aber es ist einfach viel zu viel. Genau, wenn wir die jetzt noch in aller Tiefe analysieren würden, würde es zu blöd werden. Was ich hier aber relativ spannend finde, ich habe mich ja ein bisschen sehr tief über das Wochenende in dieser Band versenkt, ähm, ich hatte dir ja von der Stalk Forest Group erzählt, wie die Band irgendwann mal hieß. Und tatsächlich hat die Stalk Forest Group 69 oder 79, das ist nicht ganz klar bei dem Song, einen Song namens St. Cecilia aufgenommen. Der wurde aber erst 2001 veröffentlicht. Und dieser ursprüngliche St. Cecilia Song ist so eine relativ harmlose Auseinandersetzung mit dieser Schutzheiligen der Kirchenmusik und damit vielleicht auch der Musik an sich. Und diese neue Version ist textlich ganz schön giftig. Und ich finde, der lässt sich, aber das kann auch wieder Fall sein von Stefan überinterpretiert, durchaus auch so ein bisschen lesen nach dem Motto, irgendwie diese ganz alten Sachen, die sie da gemacht haben, kamen dann aus irgendeinem Grund 2001 wieder. Ich weiß nicht, ob das cool für die Band war oder nicht, keine Ahnung, aber kam auf einmal wieder und war mal wieder da. Es kann sich so ein bisschen lesen, als ob das damit was zu tun hätte. Auf jeden Fall ist es eine Fortsetzung in irgendeiner Form dieses ganz, ganz alten Songs der Band. Und da sind wir Karriere über Spannendes schaffen, ganz viele Querverweise drin, total geil. Aber ist ein Mindblown, ne? Ja. Ich bin etwas verwirrt, warum du nicht Stand and Fight erwähnen wolltest, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, warum würdest du ihn erwähnen wollen? Weil wir ein Metal-Podcast sind. Achso. Das ist ein Metal-Song. Ja. Also der, also der, das ist ja der härteste Song auf der Platte, faktisch. Ja, das stimmt. Aber auch nicht so richtig spektakulär, finde ich. Nö. Aber gut. Gefällt mir richtig gut. Erinnert mich wahnsinnig an die letzte Judas Priest-Platte. Dazu muss man auch sagen, Eric Bloom, der eine der verbleibenden Mitglieder aus der Ursprungsbesetzung sieht auch unfassbar Rob Helford ähnlich. Das ist richtig lustig. Aber okay, du willst den Metal-Song skippen und dann zu Florida Man kommen. Finde ich okay. Ja, Florida Man ist fantastisch. Okay, warum? Kennst du das Florida Man Meme? Ja, natürlich. Gut. Und jetzt komm, lass uns an der Stelle erstmal festhalten. Wir haben eine Band, die sich in den 60er Jahren gegründet hat, die einen Song über ein Internet-Meme machen. Ja. Und das ist nicht scheiße oder peinlich. Nee, es ist fantastisch. Kurz erklärt, Florida Man ist ein Meme, es gibt irgendwie zigtausend Artikel über dumme Sachen, die Leute aus Florida machen, die so unfassbar dumm sind. Ich hab, for your convenience, ich hab mal fünf schöne rausgesucht. Wollen wir? Ich hab tatsächlich auch ein paar offen. Okay. Ich würd mal, ich würd mal anfangen, Florida Man tries to rob GameStop while veering transparent back on his head, find ich sehr schön. Also da hat sich eine Maske aufgesetzt, die halt dummerweise komplett transparent war und damit einen Laden ausgeraubt. Ich würd gern noch einen Klassiker auch aufnehmen. Ja. Assault with deathly weapon. Oh ja. Florida Man charged with throwing alligator into Wendy's drive-thru. Den hab ich auch gesehen, auch sehr schön. Florida Man breaks into jail to hang with friends. Fand ich auch sehr schön. Eine kleine Abwandlung, aber auch gut. Florida Sheriff wants residents not to shoot at Hurricane Irma. You won't make it turn around. Schön fand ich auch, den hatte ich irgendwo gesehen, den bekommst ich jetzt wörtlich nicht mal zusammen. Da hat ein Florida Man, das war auch ein Cop, Burger King verklagt, weil er gesagt hat, die haben irgendwie Dreck auf seinen Burger gemacht und dabei war das einfach nur Gewürz. Stimmt, das hat ich auch gesehen, das ist toll. Richtig gut, finde ich auch. Florida Man apparently painting anti-Hillary messages on Tampa Bay Crabs. Ja, sie hat dich auch gesehen. Und vor allem auch ganz schön sind auch sehr oft die Bilder dabei. Ja. Was es für Leute sind. Ja, das muss man dazu tatsächlich echt sagen, das sind oft, um es mal umgangssprachig auszudrücken, echt arme Schweine. Also, ne, also da sind oft durchaus wohnungslose, Drogenabhängige, alles mit drin, aber auch ein paar absolute einfach nur so Vollidioten. Jo. Mit denen man nicht so richtig Mitleid haben muss. Mit dem, ich nehme einen noch, mit dem muss man nämlich gar nicht so doll Mitleid haben, aber ich finde das Bild einfach schön. Florida Man hides in Swamp after High-Speed-Police-Chase gets stuck and licked by Police Dog. Ja. Schön fand ich auch, das bekomme ich auch nicht mehr wörtlich zusammen, der ist weggelaufen vor der Polizei, hat dann angehalten, um Capri-Sonne zu trinken und hat dann als Erklärung gesagt, Crack zu rauchen macht ihn durstig. Und es ist sehr wichtig, hydrated zu bleiben. Finde ich, finde ich wichtig. Der Mann hat halt einen Punkt, ne? Ja. Oh, das ist so toll. Oder, was hier auch ein großes Highlight ist, Florida Man in No Seriously I Have Drugs T-Shirt arrested for trading drugs. Schön. Okay, darüber haben die einen Song gemacht. Ja. Sehr schön, es gibt ein, zwei Artikel von Florida Man, die sich angegriffen fühlen, die sagen, dass das alles Quatsch ist und das total furchtbar finden, dass die Band diesen Song gemacht hat. Wie jetzt, Mandy war nicht high auf Math und hat deswegen jetzt, riecht ihr Atem jetzt nach Katze? Sagt das Internet. Aha. ne, irgendwie, hier, die müssen den Song umschreiben, weil da stimmt ja alles nicht und so. sagt jemand im Internet. Florida Man say Blue Oyster Cult are wrong about Florida Man. Ist eigentlich auch eine schöne Zeile. Naja. Genau. Ne, die eine Kolumne heißt zum Beispiel Don't fear rewrite Florida Man. Und da sagt er, ja, ich hätte mir gewünscht, dass die vorher meinen Rat einholen, bevor sie diesen Song schreiben, weil Florida Man is my sweet spot. Nun. Oh, scheiße. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen sehr prominenten Florida Man, wollte ich noch sagen. Den prominentesten von allen, da kommen wir nämlich zu meinem Präsidenten und Browser-Erweiterung. Und zwar am 31. Oktober 2019 also vor ziemlich genau einem Jahr ist Donald Trump offiziell Einwohner von Palm Beach Florida geworden. Da ist ja sein komischer Golfclub. Und seitdem ist er jetzt quasi der Florida Man. Und die Daily Show hat daraufhin eine Browser-Erweiterung für Chrome und Firefox rausgebracht, das überall aus dem Namen Trump Florida Man macht. und das funktioniert sogar in Untertiteln bei Netflix. So. Nice. Bitte? Ich dachte, ich dachte, die, es gibt, nee, ich dachte, das wäre eine Browser-Add-On, das in jeder Rede von Trump einfach alles, jedes einzelne Wort durch einen Schlag auf die Cowbell ersetzt. Nein, das wäre natürlich auch schön gewesen, aber nein. Ja, wenn wir beim Thema schön, also wenn wir schön Themen sind, wir müssen an der Stelle jetzt auch über die toten US-Präsidenten reden. Wir sollten vielleicht auch überreden, dass dieser Song einfach wirklich unterhaltsam ist. Ja, er klingt halt auch wie so Yachtrock, finde ich, also richtig schlaunziger Rock. Er ist nicht nur lustig, er ist auch gut. Er ist auch richtig gut. Ist das Playlist für dich oder kommt noch? Würde ich noch mit warten wollen. Okay, aber ich bin tatsächlich noch bei dem Song, wenn ich von toten US-Präsidenten rede. Ah, okay. Weil, ich habe mir die Texte angeguckt, wie du festgestellt hast. Habe ich festgestellt? Und tatsächlich ist in diesem Song die Rede davon, dass die Menschen in Florida so komisch sind, darauf zurückführen würde, dass sie alle von den Medizinmännern des Stammes der Seminolen verflucht geworden sein wären. Ja, darauf bezieht sich besagter Bitte schreibt den Song neuer Artikel auch. Und der sagt auch, der Rest an Amerika ist ja nur neidisch, dass Florida jedes Mal eigentlich über die Präsidentschaft entscheidet und alle anderen eigentlich gar nicht zur Wahl gehen müssen, weil das ist ja ein Swing State. Ja. Jetzt habe ich dir deinen tote Präsidentenauftritt kaputt gemacht? Nee, ich überlege gerade, also ich dachte vielleicht, dass das aus einem anderen Grund quasi neu geschrieben würde, weil man könnte natürlich auch schon sagen, boah ey, Native Americans da jetzt mit reinzuziehen, so nach dem Motto, ist ja auch Quatsch. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist ja eine andere Stoßrichtung. Nee, mir geht es tatsächlich darum, dass ich habe mal nachgeschaut, ist da was dran an einem vermeintlichen Fluch der Seminolen und turns out, ja, aber nicht an der Florida-Kiste. Es gibt tatsächlich so ein Gerücht oder eine Sage oder was auch immer, vor, dass ein Medizinmann der First Nation der Seminolen den Präsidenten Andrew Jackson 1930 verflucht hatte, als der den Indian Removal Act ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Jackson, sag mal, allgemein nicht so viel. Der war einer der Gründer der Demokraten, meine ich. Mehr weiß ich von Andrew Jackson eigentlich nicht. Ich weiß eben, dass er für diesen Indian Removal Act verantwortlich war, sprich, Landenteignung, ganz einfach, verbunden mit dem Trail of Tears, also wo wirklich viele Native Americans gestorben sind, weil sie von ihren, aus ihren Heimaten vertrieben und umgesiedelt wurden, auf ganz tolle Idee vom Herrn Jackson hin. Und wie gesagt, es gibt dieses Gerücht, was auch immer, also es ist halt Mist, dass es Mist ist, es ist klar, aber es gibt es eben, dass daraufhin die Medizinmänner der Seminolen Präsidenten der USA verflucht hätten und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig zusammenkriege, dass jeder Präsident, der in einem Jahr, das auf Null endet, gewählt wird, innerhalb seiner Amtszeit stirbt. Und es ist tatsächlich so, ich habe die jetzt nicht alle überprüft, aber es gibt da Beispiele für und zwar gar nicht wenige. Zum Beispiel William Henry Harrison, 1840 gewählt, 41 gestorben. Abraham Lincoln, 1860 gewählt, 1865 gestorben. James A. Garfield, 1880 geboren, 1881 verstorben. William McKinley. Er ist nicht geboren. Ja. Er wäre sehr jung Präsident geworden und dann wahrscheinlich nicht gestorben. Weißt du recht. Geht so weiter, 1960, John F. Kennedy gewählt, 1863 gestorben. 1980 Ronald Reagan gewählt. Er ist nicht gestorben, aber es wurde ein Anschlag auf sein Leben im Jahr 81 verübt. Hm. Hm. Ist natürlich alles totale Bullshit, aber fand ich hochgradig spannend, dass die Band das in dem Kontext wahrscheinlich echt eher als ein Gag, also muss ich sagen, die Seminolen, es gibt und gab in Florida Seminolen, die halt auch quasi da geblieben sind, einige wenige, die eben sich nicht haben vertreiben lassen, deswegen gab es da auch quasi Kriege und so weiter, ähm, aber die sind da durchaus schon noch an, äh, heimisch sozusagen. Richtig spannende Kiste, also generell dieses, da bin ich jetzt drauf gekommen, hier muss ich echt mal ein bisschen mehr mit der Geschichte der Native Americans auseinandersetzen, weil das schon eigentlich krass ist, wir so, was wir so ein Bild von denen haben und wie sich eigentlich die ganze Geschichte, wie wir sie lernen, für die Leute ganz anders darstellt, logischerweise. Darf ich mich mal ein bisschen reinwurschteln? Man sollte an der Stelle vielleicht auch festhalten, dass die Amerikaner viel zu häufig, viel zu alte Männer wären. Ja gut, das ist, aber generell sind sie ja, das kann Deutschland auch. Ja, also nicht so alt, dass sie während der Amtszeit an alter Schwäche sterben. Das stimmt. Und sie werden auch seltener ermordet, auch das. Vielleicht sind wir da generell besser. Nee, besser sind wir da nicht. Was soll das ganze, ganze, ganze Fluchgeschwurbel, außer dass das Blue Oysterkalt drauf machen? Ich finde es super spannend, dass das sich im nächsten Song fortsetzt. Die Alchemist. Ja, und der ist fantastisch. Ja. Der ist ja sowas von fantastisch, dieser Song. Der ist dein Playlist-Song, ne? Das ist mein Playlist-Song, absolut. Ist das auch dein Meatloaf-Song? Auf jeden Fall. Warum? Das ist so Rockoper, das ist so groß. Mhm. Ich lieb's. Lieb's? Ich lieb's. Das ist auch sehr Savatage, Queensryche und so, also das ist so prototypisch quasi für so eine Rockoper. Das ist echt fantastisch. Ihr hättet es auch richtig, richtig toll. Aus allen Gründen, die du genannt hast, muss noch nichts weiter zu erwähnen, was ich hier wiederum interessant fand. Rückzug benehmend auf die Mail von Janis. Der hatte ja so durchaus angedeutet, dass seine Lesart für einige der Songs so ein bisschen so eine autobiografische wäre. So auch hier dieser Song, wo es ein bisschen darum geht, aber ich kriege die Zeile jetzt nicht mehr zusammen und so, aber nach all den Jahren irgendwie bin ich immer noch da und so weiter, weißt du? Also du erinnerst dich? Ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob diese autobiografische Lesart in der Hinsicht stimmt. Denkt sie, dass ich interpretieren? Ich habe tatsächlich aber ein bisschen andere und zwar folgendes. Dieser Song ist ja tatsächlich eine sehr, also ist eine Adaption, einer der ersten Geschichten von H.P. Lovecraft, die eben auch The Alchemist heißt. Also es ist wirklich, das ist diese Geschichte von Lovecraft. Okay, kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich finde die Sachen von ihm unfassbar anstrengend zu lesen, muss ich sagen. Das ist auch besonders anstrengend zu lesen und man muss bei Lovecraft auch immer sagen, ja, halt eine fucking Rassistensau, muss man auch klar sagen, muss man immer auch ein bisschen kritisch lesen alles. Die Geschichte per se ist auch wirklich nicht so gut. Es ist auch wirklich so ein klassisches Ding, ja, das ist halt, der hat viel zu viel Edgar Allan Poe gelesen, also es geht im Endeffekt um einen Adligen, der in seinem heruntergekommenen Schloss sitzt und quasi die Lebensgeschichte seiner, 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 seiner Blutlinie liest und sich, und quasi dabei feststellt, dass seine Blutlinie verflucht ist, da sind wir wieder, Thema Fluch, und zwar, dass keins der männlichen Mitglieder dieser Blutlinie älter als 32 wird, sondern alle quasi vor ihrem 32. Geburtstag sterben. Du siehst da eine gewisse Qualität. Das passiert genau in dem Song und ich hatte jetzt so ein bisschen die Überlegung, ich kenne mich jetzt zu wenig mit Sandy Perlman, trotz der Vorrecherche, die ich getan habe, und der Band und seinem Leben aus. Ich würde mich jetzt aber gar nicht so sehr wundern, wenn der Zug dieser Song ein bisschen auch Perlman gewidmet ist, im Sinne von, der hat sich ja sehr seinem ganzen Werk und seinem ganzen Schaffen verschrieben, war natürlich auch interessiert an so Zeugs wie Alchemie und so weiter und so fort, war natürlich auch interessiert an Lovecraft und so weiter und so fort, ob da vielleicht ein Konnex da sein könnte. Ich kann es jetzt nicht bejahen oder beneihen, ich fände es aber nicht ganz abwegig, vor allem wenn man auch denkt, das ist das erste Album nach Perlmans Tod und dass die Band ihm in irgendeiner Form eine Referenz auf dem Album erweist, würde mich jetzt nicht wundern. Ob das die wirklich ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber fände ich spannend. Ist tatsächlich schön, ich habe es tatsächlich bei mir ähnlich stehen, weil ich den Verdacht auch schon hatte. Es passen einfach viele Sachen dazu, es passt total dazu, dass es irgendwie der theatralischste Song auf der Platte ist, dass sie ihn irgendwie ehren, ist zwingend. Also das macht man einfach, wenn so jemand geht und es passt einfach, ja. Also den Verdacht, man kann es natürlich nicht fest sagen, aber den Verdacht hatte ich auch. Das ist halt natürlich dadurch, dass ein negativer Sex ist so irgendwie, die letzte Zeile ist ja so sinngemäß, unser Leben war ein Gefängnis nach meinem Design, so grob übersetzt. Wenn man das so lesen würde, so macht der Motto alles nach diesen Visionen, also Visionen nicht im Böhr sind, sondern so den Vorhaben, die er da so hatte und stellenweise erreichen konnte, stellenweise auch nicht, könnte ich mir vorstellen. Dazu muss man kurz. Und wir haben vorhin gelernt, manche Florida Mans, die brechen ja auch freiwillig in ein Gefängnis ein. Gefängnisse sind ja auch nicht immer nur schlimm. Müssen nicht schlimm sein. Ähm, ist so. Kurz noch eine letzte Sache zu Perlman, die ich vergessen hatte, und der Dude war, wie ich schon andeutet hatte, ziemlich gebildet, ziemlicher Künstler. Der war aber auch, weil wir es ja vorher ein bisschen vom Thema Technologie und so weiter hatten, durchaus auch offen, was Technologien angesehen hat. Zum Beispiel hat der eins der ersten Unternehmen, E-Music heißt das, als der war bei Gründung Vizepräsident da, die elektronische Musik verkauft haben. Genau, ja. Ja, genau. Also der war da relativ früh im Game und hat sich auch danach ganz stark auf wissenschaftlich mit quasi Musik im Zeitalter der digitalen Reproduktisierbarkeit und so weiter auseinandergesetzt. Superschlauer Kopf, superinteressante Person. Richtig krass. So, genug Fanboyt. Ich weiß nicht, ob ich Fanboyt bin, muss ich dazu sagen. Ich finde es einfach nur so spannend, was da alles drin steckt. Crazy. Ist es auch. Und wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ja, genau. Aber da steckt tatsächlich noch deutlich mehr drin und ich kann es jedem nur empfehlen, sich das selbst anzuhören. Es ist ein total schönes Album. Die ganze Band ist mega spannend. Macht das einfach. Passt auch gut in den Herbst, finde ich. Muss man auch noch mal sagen. Ich kann ja, glaube ich, dazu nicht mehr sagen. Es ist, ich hätte es nicht erwartet, aber das hat tatsächlich Kandidaten für eins meiner absoluten Lieblingsalben dieses Jahr zu sein. Ja. Nicht nur von all dem, was drin steckt, sondern auch von der Musik und allem und dass es mir jetzt die Band wirklich nochmal weitereröffnet hat und so. Bin hin und weg. Es ist crazy. Ah, es ist ja toll. Machen wir jetzt eine Schleife drum oder willst du noch was loswerden? Wir müssten uns eigentlich dem Thema Musikvideos widmen. Keine Zeit mehr eigentlich. Ich weiß. Ich sag's dann einfach jetzt mal so. Über die Musikvideos, die offiziellen zu diesem Album, hüllen wir einen großen Mantel des Schweigens. Die kommen nicht in die Shownotes. Jasper, guck sie dir auch bitte nicht an. Die existieren quasi gar nicht. Macht euch die Mühe nicht. Das macht vieles kaputt von dem, was so schön ist an der Band. Jetzt bin ich getriggert. Ich weiß. Guckst du das so. Aber sei gewarnt und seid gewarnt. Hört euch lieber die Musik an. Die ist ganz fantastisch. Leave it. Danke an Jannis, dass er den Vorschlag gebracht hat. Danke. Ja, vielen Dank. Und danke an Jasper für Geseier ertragen. Danke, Dean. Oh, ganz sehr. Cass, Mrs. Butters. Whatever. Ja. Vielen Dank an alle Zuhörer, die diesen Irrsinn mitverfolgt haben. Ja. Bitte kurz nachher Hand heben, wer alles dran geblieben ist und verstanden hat, was ich da von mir geben wollte. Vielen Dank an die Browser-Erweiterung. Vielen Dank an Florida Man. I'm out. Tschüss. 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 Vielen Dank.